Das ist ein Sprungtuch! Das Sprungtuch, schnell! Wenn wir jetzt rufen, dann sprengen Sie! Sie brauchen keine Angst zu haben! Was ist das denn? Da spreng ich nicht rein! Was? Das ist ja ein Bayern-Tuch, da spreng ich nicht rein! Das ist wahnsinnig, Sie werden verbrennen, Idiot! Lieber Verbrennung, als von einem Bayern-Tuch gerettet werden! Seid Sie vernünftig! Das ist doch Wahnsinn! Nee! Ich will mit Würde sterben! Ole, 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 ole! F.T.Gölle, ole! Ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren!